Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Crash Team Racing Letztes Mal haben wir den roten und den grünen Edischgein hinter uns gebracht Darum denke ich mir, wir machen chronologisch mit dem blauen weiter Ne Crash blauer Edischgein Pokal Yeah, danach fehlt uns doch der gelbe und der lila, ne? Der lila wird, glaube ich, der schwerste sein Ich weiß ja gar nicht, welche Rennstrecken da vorkommen Aber ich habe schon eine Vermutung Und der Skat hier, oh, das fällt ja gut an, ja? Ja genau, die lage wird aber noch mir, danke Tannu, siebter, das wird sich noch besser Und mir durch die W, W, W So, mein kleiner Ah, ich sag lieber gar nichts Das bereue ich nachher noch Wenn ich jetzt hier was von mir gebe Jawoll, Grafikpack Möge mehr mit mir sein Ich geh immer was abballern, ey Jawoll, super Super gemacht, Cortex Ich hab auch noch was für die So, Engine ist in die, äh, Bananen Äh, nee, TNT reingefahren Bananen Falsches Spiel Auch wenn ich kein Mario Kart aufgenommen habe Es kostet das, weil das Spiel mit Bananen Ja, um zu arbeiten Oder kann man bitte jemand reinfahren Der so, 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 so ein Tiny, der gerne Autos, äh Was macht er nochmal gerne Autos? Zerquetschen, genau Oh, die Attacke setzt sich erst rein, wenn ich, äh, 10 Pumperfrüchte hab Ich wollte grad sagen, die hab ich gleich, aber Dingo, da mein, meint die Mensch richtig, der ich nicht so mach' Die Kogels auch noch mitnehmen können, die ist mir, ist mir auch noch an mir vorbeigegangen So, Skopo ist auch, Skopo ist auch, Skopo ist auch, Skopo ist auch, Skopo, kleine Schwester So, wer mich berührt hat, die Arschkarte So, ich ja Die Arschkarte In dem Fall war es Tiny, der kleine Chica Von Notre Dame Okay, ich hab was zum Abwehr Der Knall, ach, nein, Fraps Bei F1 hast du so schön mitgemacht Und jetzt hörst du auf, oder was? Also kann man wenigstens das Ziel üben Alter Boah, einen Augenblick Alter, das ist ja nicht mehr normal, was ich für Fraps Probleme hab, hallo? So, ganz kurz, kurz geschneu geschkattet Jetzt brauche ich irgendwas Gutes Jawoll, den kriegst du auch noch Bitteschön nein für acht zweiter nein sind sechs punkte naja egal schiebt die schuld auf selbst ganz einfach aber die films wieder weg ich möchte aber nicht in die abwässer reinigen ist nicht in meinen aufgabenbereich heute irgendjemand rein doch nicht weil ich ja jetzt mal sieben punkte den thema jetzt die flasche kommt dahin und die rakete kriege ich natürlich ins getriebe ist doch ganz nett vom cortex aber ich krieg was für die rache das war jetzt nichts für die rache ganz ehrlich katze habe ich ja auch immer nebenan immer wohnen ja hat da vielleicht komme ich das sogar hoch nein da muss man doch irgendwie hochkommen zum verrecken es gibt immer irgendein alter können wir durch mit diesem tuch hat er schon neun dicke fette eierpunkte ich habe 6 schade die kugel gemacht der kugel hat gemacht noch ein geschenk für dich zur letzte runde ich muss mir jetzt mal anstrengen hier heute das kann es ja echt nicht sein bitteschön cortex so jetzt aber voll speed so wer meint mich zu berühren hat die arschkarte weil ich das jetzt noch für den sieg oder was ich möchte nicht so früh herbeirufen purer momentan vierter dritter was denn nun vierter jawohl das ist meine führung und purer ist untergang ja zehn punkte sagt man muss immer da vorne herum fahrt immer so drittes rennen nach getarnter arbeit hier und zwar drachenminen bei sechs minuten sind wir erst das ist ich hatte meine lieblingsstrecke doch gehört zu meinen hast schrecken entschuldigung ach pura du gehst mal auf den sack davon weißt du die bremse ist die links links ich bin immer nicht dein kumpel werden begreifst du das eigentlich muss dafür das abitur haben oder was ich bin immer noch für jetzt haha beide getroffen oh so ein dummer fehler ganz ehrlich alter dank das wusste ich gleich dass der trick geht kommt die guter nur für dich oh gott wo fahr ich denn heute ein was mache ich eigentlich heute hier das ist keine konzentration mehr das ist schon frust pur ey so letzte runde tschüss kommen wir mal abkürzung geht das ja wohl ich liebe akku 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 ist die beste waffe überhaupt danach kommt da nicht nur schrott juhu ne flasche jawoll pura ist noch reingefahren auch verliegt keine position dadurch nein drei punkte krieg ich dafür wieder vor schmerz vorsprung acht punkte also ein dritter platz reicht schon aus und pura muss gewinnen reicht das ja dann aus beziehungsweise pura muss gewinnen sonst reizt gar nicht für ihn ah das entschiedene labor mit der vielen dreier kisten wir erinnern uns nicht nein koko die kiste gehörte ok jawoll ok hat sie nach hinten geschmissen ich hab schon meine zähne wuppa so koko du hast die flasche schön angenommen so der engineer möchte ja noch ein paar takte reden oder was mach mal fährt auch mal mit nach vorne dingo damit auch noch ein paar bürtchen mitreden hier du schön eine rakete für dich alter pura ist momentan erst aber momentan würde ich doch gewinnen alter wo ist denn ey wir wollen bisschen speed mal hier geben uff das war risiko mit risiko verbunden der sprung aber was haben die eigentlich für ein tempo hier drauf jawoll akku akku warte kortex nimm du das hora einen blick bremst du mal bitte ich hab ein geschenk für dich ja boulder noch erwischt die truppe ist mein die truppe ist mein so guck kurz weiter aber wieder ein speed ding alter non speed ding weiter wo kommt der her gibt es dir denn die nummer platz eins oder platz zwei der rest ist mein weit entfernt der position interessieren mich schon gar nicht mehr da okay verliebt der bruder fährt links die flasche auch hier links alter nein es war noch zu weit rechts platziert alter webs mag mich echt heute nicht hallo 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 das hat er für einen top speed ja viel weniger als ich ich hoffe das ist nichts versetzt ist nein was macht ich denn nein 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 ich brauche den zweiten platz die worte zweiter dritten dritter reicht und das doch noch mal so arscheng mit zwei punkten es gibt es einfach nicht dass es so eng ist glückwunsch du hast einen edelstein gewonnen danke so zwölf minuten haben wir gleich noch einen und zwar den gelben los geht's fehlen ja nicht mehr viele rennstrecken dingo kennen weg da ich heiße so dass er ganz hinten starten muss aber nehme ich die kiste nicht mit fragt mich bitte nicht fragt das nicht in den kommentaren hat hier die krieger 6 sind manchmal scheiße ja das ist unnormale ja danke ihr beiden nur großzügig sein ja nur großzügig sein keine fährt noch hinter mir und dingo da fährt noch hinter mir und dann ist ja vor mir wer wird denn noch kortex sehr gut da hast du mir das zink von der nase geklaut pura weil das wird ein purer nervpart was für einer und vielleicht was feiner von der fröhste über noch alter was ist denn das hier mit webs heute das ist unnormale ganz ehrlich so viele probleme die ich noch nie das ist das probleme ja nicht nur in f1 nein das problem beitet sich aus alter schwede verdammt zweiter dritter was denn nun zweiter aber den krieg ich noch bohrer nicht okay das wird der kampf gegen pura ich sehe es schon kommen ich habe es im horoskop gelesen dass das nicht so einfach wird heute hier auch gott die kleine renner das wird ja ein spaß werden hier lange acht minuten machen wenn die abweich gott kein kommentare ihr kriegt ihr kriegt ja ihr gebraucht und sagt und nein 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 hier habe ich jetzt abgewandt die rakete indem ich in der luft vor oder was ich war aber ganz kurz durch aber der eiskalt die fläche liegt der scheiße leider weiß ich nicht kein vorsprung generieren das ist die scheiße jawohl alles driften hasse ich in quesche team racing mehr da ist was sie nicht erwischt doch nein hola kann aber ganz wichtig ist als ich habe gedacht ich habe es nicht mitgenommen weil ich muss echt mehr konzentration in den tag legen kennen wir diese falle nicht die falle habe ich mir selber gestellt in die nitro ist keiner reingefahren natürlich warum auch ja die falle war nur für mich da da muss der pure eigentlich was soll ich warum soll ich nicht beschwemmen wenn er weiter hinten ist der ist ja schon auf position vier Okay, schon wieder auf Position 2 Dann ist er wieder auf 3 So geht das immer weiter Da wieder rankommt, ey Das ist ja nicht mehr normal Mann, noch daneben Und schon ist er wieder ganz weit vorne Ich brauche diesen Scheiß Sieg Ich brauche diesen Scheiß Sieg Yes Puh Ich glaube, das sind der Punkt gleich mit jetzt Jawoll Oh puh 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 Not good Überhaupt nicht gut Drittes Rennen oder Ja, Eisluftbahn Sind die Ränder brauchen wir länger hier Ich hatte mal richtig fahren Richtig fahren Die Kurve ist am besten Ich kann wenigstens super rutschen Mit dem Risikosprung Jawoll Der Kokos glaube ich runtergefallen Aber purer Fütter Das ist das Scheiß Problem Genau, ich sage Quetsch mal das richtige Auto Habe ich den da vorne Verdammt Verdammt Ich habe nicht mehr gereicht Dann wollen wir die Tuts auch Yes Schüss Gefährt mittig Ganz einfach Jawoll Ist runtergefallen Ach jawoll Jawoll Und hat jetzt ein Stück Arbeit vor sich Du musst du mich zerquetschen Tiny Naja Ist ja ganz schlecht Glöck gehabt Da wollte Tiny Hat es nicht geschafft Hat dann überhaupt da läuft alles nach Planen hier Ach puh, was ist ja schon wieder hinten dran Am besten Können wir so eine fiese Falle hinlegen Bitteschön TNT bringt mir nix Ich habe schon jemand anderes aufgenommen Cortex nämlich Letzte Runde Wo ist denn der Pura Das hast du wenn du nicht weißt wo der Pura ist ey Wenn du die ersten vier weißt Ja gut Das reicht ihm Das reicht mir auch schon Dann kann er fünfter werden Der Ecke Punkt für Der Sprung sieht einfach aus Ist ja aber nicht Komm aber würdest du gezielen Ja auch nicht Pura schon wieder vierter Na ich brauche eine Kiste Gleich eine Nitro wäre mir am liebsten Ja oder sowas tut es auch Jetzt brauche ich jetzt Jetzt brauche ich Oh ja Tschöö Ich hab mir gefällt Jawohl ist Dachte voll Chüß Das ist ein Sieg für mich siebt das er geworden es ist ja perfekt das bräuchte nur noch vierter werden dann habe ich ja im trifft modus da ich kann nichts wertvolles haben an waffen alle habe ich getraut und pura profitiert natürlich auch mit davon ach schade ich bin mit absicht links gefahren jawohl kortex und koko die mitgenommen oder was ja wo der ist das rechte ich brauche nur ein vierter werden oder pura darf nicht gewinnen als von weit und dass pura nicht gewinnt ist unwahrscheinlich heute das ist ja schlimm wobei es in die flasche reingepackt wir sind in der zweiten runde marsch der welt oder was nein vielleicht den ding gestoppt und nicht abfall polakon muss auch noch gewinnen das ist doch ab normal zu der lieb hat den rabfeuern als zähne gerade so die abwohnheit als zähne klar es kann diese nitro reingefahren ist es gibt nicht wunder obwohl wir eine flasche für kura der kleinen katze das war was klar eisbär das reicht für den sieg 90 gewitter punkte reichen für drei 28 minuten reicht auch bleibt ja nicht mehr viel übrig für den letzt für die letzten parts glückwunsch auf einen edelstein danke sprechen wir jetzt mit analog möchte ich nicht fahren richtung zum abspeichern ist das wird jetzt nur noch einer die turbo waren und arena haben wir schon freigespielt 92 seiner gibt nur ein prozent gar nichts bis zum nächsten mal wenn sie das let's play crash team racing